Darf ich vorstellen, Chrisl? Nein, das darf nur Nora Tschirne, ne? Naja, Nora Tschirne hat den Namen geprägt. Insofern, ja, das darf eigentlich nur Nora sagen, sorry. Christian Ulmen, Tatortkommissar aus Weimar, nächsten Sonntag bei mir, wir reden über? Das weiß ich ja noch nicht, das ist am nächsten Sonntag. Worüber würdest du denn gerne? Ich würde gerne über Kaffeekapseln ganz gerne sprechen. Küssen? Ja, aber nur in Bezug auf Nora Tschirne. Und über Ehe, Treue, das sind eigentlich so meine Themen. Das sind deine Themen, ja. Wir freuen uns auf Sonntag zwischen 9 und 11. Ehe, Kaffeekasse, ich hab's schon wieder gehört. Ehe, Kaffeekasse und wir freuen uns auch.